Ach, du Schreck! Wie ist er schon wieder? Oh, dieser alte Freundin! Du hast nicht viel verändert, seit ich letztens dich gesehen habe. Ich schaue die Regierung. In Wahrheit, haben wir nicht erst hier zu treffen? Nicht überhaupt. Ich war damals in der anderen Seite. Du siehst irgendwie anders. Äh... Neuer Kunststil? Wie schön, dass du dich merkst. Big news! I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic! You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kinda tricky last time. And I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told, locksmiths can make keys for things. Things like... Sell doors? Imagine that! I would find my serial number out and could that this one open. On this way. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. I noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No. That's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Huh? Frivesant. Picking flowers from the governor's garden? Sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. All right. I don't think I can take that again. I'll make it my number three priority. Thanks. Picking arms. How great. Watch your boots in here, son. It's like a swamp. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Ah, there's an extra tool here. It says jail rules. One. No escaping. Ah. Any writing that was once here was known. Hey Stan. Hello there, son. No, that's absolutely not. He has earned. It's too bad. No. I really hoped a ship for you to buy. Uh, no. What have you done? What have you done? That's a thing. That's your two sons 1 £ The second month he Sundays will be sold out. Liebesversicherungen verkauft, die, äh, die nicht, ähm, die, äh, irgendein wenig bringen, ähm, irgendeines Merchandise verkauft. Ähm, ja, ich will es helfen, wenn ich dieses Gefängnis befreie. Bis später. Okay. Oh, sorry to see you in jail. Danke, son, I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. Oh, that's terrible. Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on backorder. It pains me to lose a sail, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Could you refer me to a competitor? Stab me in the heart? You'd go to a competitor? Where's your loyalty, son? Well, seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, I thought... It doesn't matter anyway, there's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stare. I didn't anticipate a situation like this one coming up. I don't know. I don't know. I don't know. Any tips on how to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Get yourself on board a worthy vessel. Gain the confidence of the crew. Wait for the right moment and strike. If you don't get killed, blow me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. I don't know. Okay. Well, thanks, I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. You just shot. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Melee Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. It warns me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case. And escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Are you sure you don't want me to break you out? 115% son, but thanks. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. What do you think? I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only Jamborees. Thanks, that's advice. No, that. Yep. Very nice. Stan, the other couple. How's your day going? Sure. Okay. Dann wollen wir mal hier weiter gehen. Hier waren wir noch nicht. Geht jetzt hoch zu Elaine's Discovered Governors. Elaine sitzt ja nicht mehr am Governors Palast Haus. Ich wusste gar nicht, dass das so dicht am Abhang stand. Es stand eigentlich, dass da waren hier ja noch Hunde eingeleint vorher. Und da war ich noch ein bisschen mehr Platz. Es war schon eng, aber so eng auch wieder nicht. Den hinteren Weg ins Innere der Insel nehmen. Aus der Gouverneurin. Wie geht's in die Insel? Okay. Okay. Givin' über den Körner. Und da haben wir's mit. Guybrush Threepwood. Hallo, Swordmaster. Bevor bereit, meine Bladen zu spüren, du verholtest. Lass mich euch zeigen, was ein Hack aussieht. Haha, ziemlich gut, Guybrush. Ganz auf Punkt. Schön, dich wiedersehen. Du auch. Okay, du hättest nie aufgegeben, so ein Schwertmeisterin zu sein. Wie geht's dir, Mr. Gouverneurenamt? Ich hoffe, du bist nicht immer noch sauer wegen der Sache mit dem Schiff damals. Du hast es weit gebracht, seit ich dir deinen ersten bequemen Regierungsschop besorgt habe. So. Wie geht's dir? Es ist nicht so leichter, wie ich es hatte. Es ist nicht so leichter, wie ich es hatte. Es ist nicht so leichter. Es ist so leichter. Es ist so leichter. Es ist ein neues Territory für mich. Nicht für mich. Vielleicht sollte ich Gouverneur sein. Ich habe von deiner Frau gehört. Sie kommt, um die Skurvy-Legislation zu sprechen. Ich glaube, du bist mit dem irgendwie... Ich glaube, du bist mit dem irgendwie... Elayne sagt, dass das Programm von Captain Madison behindert wird. Ja, falls verstehe... Irgendwann werde ich vielleicht nicht mehr alles vorlesen, aber... Jetzt will ich... Das alles nochmal... Das alles gelesen wird. Elayne sagte, dieses Programm wurde durch Captain Madison gebrochen. Nicht das legislatische Teil. Es ist nur die öffentliche Finanzierung. Die Stadt war in einem Moment ein paar Mal vor. Und das... So-and-so, Captain Madison, sah eine Möglichkeit. Sie hat uns die Geld, die wir brauchten, aber jetzt sind wir auf die Kräcke bezahlen. Dinge wie soziale Programme, Waste-Management und die Stadt-Maintenanzierung sind alle auf der Rückseitein. Ich mag diese Frau weniger alle Minute. Du und ich beide. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich werde eine Kräcke brauchen. Bist du interessiert? Ha! Ich würde lieber einen live Badger spazieren, als eine Kräcke mit dir wieder. Keine Entschuldigung. Also... Unmöglich, aber trotzdem möglich? Nein! Wenn du eine Kräcke möchtest, geh nach den Docks und einen holen. Gibt es ein Energierungsprogramm, das die Expedition finanziert, um die Geheimnisse von Monkey Island zu finden? Ist es ein Regierungsprogramm, das Expeditionen finanzieht, um die Geheimnisse von Monkey Island zu finden? Oh, Gott. Du bist zu spät für diesen. Wir haben es letztes Jahr geschlossen und die Finanzierung verbreitet, um ein Habitat für den rareen Karibbean-Winning-Lech zu finden. Natürlich. Es ist ein Schiff auf den Docks, das für Monkey Island geht. Ich glaube, du sprichst über Lechuk-Ship. Willst du auf Monkey Island gehen, oder nicht? Ich habe wirklich nichts zu sagen. Ich mag das machen. Die Praxis ist schön, aber ich bin heute schon beschäftigt. Gouverneur-Staff. Wir sind wie wieder im Zug. Die schöne Pferdeausrüstung. Pri, oder? Hier. Das hat mich über die Jahre rausgebracht. Das kann man natürlich nur und so mit verwenden. Es ist einfach da. Das glänzt so wunderschön. Noch mal mit dir reden. Im Kampf. Ich habe wirklich nichts zu sagen. Ich mag das machen. Die Praxis ist schön, aber ich bin heute schon beschäftigt. Gouverneur-Staff. Gouverneur-Staff. Ich mag dein Stofftier. Ich glaube, es ist ein Kug. Bitte. Geh das und geh es weg. Es war ein Geschenk von der Herrle von Thickewater, der ist ein enttäuschendes Kug. Ah, ha. Nächstes Mal mit. Kann man vielleicht noch gebrauchen. Muss man dich sofort wegschmeißen. Es ist leicht und extra fuzzer. Ah, ja. Es ist viel Arbeit, die Gouverneur zu sein. Ich habe es versucht, zu lesen, aber ich konnte es nicht enden. Ich habe es gedacht. Es gehen noch mehr Bücher, wo du Tricks, die sie zu Hause machen können. Warnung. Versuch nicht diese Tricks zu Hause. Kann ich ein Buch kaufen? Du hast eine Menge Nerve, das zu fragen. Du hast nie das letzte Buch zurückgebracht. Ich musste eine andere Kopie kaufen. Du hast nie sogar entschuldigt. Du denkst wie eine Kugel. Du denkst wie eine Kugel. Es ist kein Kugelbuch. Es ist ein Kugelbuch. Es hat vier Sternen, aber es sieht wie es für Schwierigkeiten ist. Schiff zu Schiff. Kampfstrategien. Es ist schmerz, als ich mir gedacht hätte. Autobiografie von John Lenné. Am Ende ist der Planckton. Sie sind besonders großartig. Eine solide, aber etwas entschuldigende Geschichte über einen rogischen Piraten und einen dünnenden Romanz mit einer Frau von Station. Kann ich ein Buch kaufen? Du hast nie das letzte Buch zurückgebracht. Du hast nie sogar entschuldigt. Ich bin sorry. Ja, ich habe nicht viel Geld, aber es scheint wichtig zu sein. Kann ich ein Buch kaufen? Nein. Ich kann es nicht mitnehmen. Tja... sehr schade. Bleiben wir mit dir draußen. Bleiben wir mit dir draußen. Die Schlafzimmer ist aber riesig. Ich hab immer gedacht, das sieht wie mein alten Schiff. Der Seamonke. Okay, das offiziell Porträt der Gouverneuren. Ehh, looks like Carla wasn't too keen on getting her Porträt done. Ehh, Toollisting, joa, das Haus verlassen, okay, haben wir mit Carla gesprochen, Schwerkmeisterin, oh, hier gehts auf die Insel, das war sonst immer hier beim Ausgucken, jetzt wahrscheinlich auch. Okay, Wald, Werft, zur Werft wollten wir hier hin, da wollten wir noch Nechachs Zahnbastu, äh, Quatsch, ähm, Stan's Zahnbastu holen, aber erstmal in den Wald würde ich sagen, oder? Warning, the dark forest ahead is deadly and twisty, maps are highly recommended. Okay, das lässt man eine Karte besorgen, oder soll man eine Karte herbekommen? Museum für Piratenkunde. Oh, I used to love these when I was six. I used to love these when I was six, until I got trapped in Museum of Pirate Lore. Okay. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon, back shortly. Once upon a time I want a T-shirt, right here on the front lawn. Und das ist von Kralas Haus, war das, was hier die, das Haus der Schwertmeisterin? In tiefen, dunklen Wald, in dem ich mich verlaufen werde. Okay, da klinge mein Bäcker. Okay, da lang, und ich gehe da lang. Ich denke hin. Ich bin hollosig verletzelt, ohne eine Karte. Oha, das besser wenn wir da lang gehen. Und ist da lang? Ich bin hollosig verletzelt, ohne eine Karte. Okay, wir müssen uns eine Karte besorgen. Wow, das ist schlimmer als ich dachte. Es sagt, Tans hat vorhin Wessel gewohnt. So sad. Stands used to be the best place to buy used chips. Ah ja. Wo ist das S hin? The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Ah ja. Den Mut anstauen. It always looks bigger on this side of the island. It looks like the only available ship on the island right now is Le Chucks. That's sehr schade. It's a dried up old sea sponge. Toll. Wir haben einen alten Schwamm in den Winter. It's good for relieving stress. Ach. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. So den Rustigen anmut nehmen. It looks like the only available ship on the island right now is Le Chucks. The window is all boarded up and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? The window is all rusted out now and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Wir müssen die Zahnbürste ankommen. Weil die Quikern vielleicht. Nö. Damit auch nicht. Mit einem harten Schwamm. Ich erinnere mich, wenn diese Torche auf die Stände aufbauen, wie ein Karnival. Äh, ja. Okay, kommen wir scheinbar nicht wirklich weiter. Das war so ein blöden, scherzlichen Ort. Meathooks Museum ist weg. So ist das Kabel zu seinem Eiland. Das ist nur so gut, als ob das weltweit rückwärtschicken mit einem Kugel in der Mittelfahrtage ist. Ja, we're all of us. No, we don't want to do that without a card. The upper street, the lower street, look out. Hi again. Those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay. No, probably not. Hi there, little guy. Okay. Then we go down here. Okay. 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 Thanks for watching. Okay. 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 Das wäre ja sehr brutal, was jetzt nicht zu hören war. Ich denke schon. Natürlich, das musste ich mal, dass ich das Ganze nochmal aufnehmen müsste. Okay, ins Gambon nochmal rein. Ah, ja. Er stimmt. Der Ort scheint anders zu sein, als in meiner Erinnerung. Ich werde das Geheimnis von MacGallen finden. Willst du mitkommen? Erzähl mir von Loom. War nett, mit dir zu plaudern. Ja, das Wichtigste zuerst. Erzähl mir von Loom. Oh, ich bin so schade von Piraten, die mich über Loom fragen. Geh verloren. Oh, schade. Aber er hat doch immer nur den Button. Ich bin so schade von Loom. Dann, warum nicht die Ask-Me-About-Loom-Button? Mein Grog-Riddel-Body ist fused mit dem Button. Ich bin mehr Button als Mann, an dieser Stelle. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Say it. No! Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes. Sophisticated score and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects. Elegant point-and-click control of characters, objects and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. The place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you, because we don't drink Grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Want to come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. And only the gullible and naive would go looking for it. Nice talking to you. Yeah, yeah. It's a book for collectible trivia cards. Looks like someone just left it here, unattended. Oha. Im hinteren Teil der Scamba ist ... 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 Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Gut für dich. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Das klingt nicht so wie Piraten zu mir. Ein dummes Bild. Es sind die drei Kläume auf der Rückseite. Bist du sicher, dass ich dich nicht beurteilen kann, meine Expedition zu Monkey Island? Lass uns prüfen, dass ich das wirklich beteiligt habe. Welche Art von Piratenqualifikation habt ihr? Genau. Und ich mag lange Spaziergang am Strand. Ich kann zehn Minuten an Luft erhalten. Ähm, naja. Ich habe die drei Träume gemacht. Träume? Es ist wie sie ihre Böse gemacht haben in den alten Zeiten. Ich war die Direktor von Combat Operations für die British Navy. Und ich habe zwei Bücher über die Taktik von Schiff zu Schiff. Ich bin ein Founding Member und Co-Direktor von der Red Fleet. Und ich habe die Rekord für die Zivilgesellschaften, von San Domingo nach Venezuela. Ich bin ein Experte in 17 Formen von Hand-to-Hand-Kombat. Drei von denen habe ich inventiert. Ich habe mit Bellamy, Teach und Roberts gearbeitet, bevor sie alle ein ungewöhnlicher Ende hatten, das ich vielleicht nichts zu tun hatte. Nur damit ihr wisst, das ist das Art von Resümee, das wir erwarten haben. Oh. Sind Sie sicher, dass ich dich nicht versuche, dass ich meine Expedition nach Monkey Island zurückgeben kann? Ja. Wir werden wieder einmal die Zivilgesellschaften V Momentern vereinzelt. Untertitelung des ZDF, 2020